Ein Gewalt-Hediger! Alter, du dein Maul da! Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du wieder heimgangen! Oder geh in dein Geschäft hinein! Du bist ja jetzt 14 Tage drin gewesen! Ja, komm! Na? Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du in dein Geschäft hinein! Ja, gut spiel! Soll ich die Bilder und meine Pfeil machen? Ja! Schau! Lachen wir mal diese Hand hier hinein! In Ehre zu zeigen! Du stehst direkt in das Rückfeld! Jetzt mach ich noch nicht! Jetzt siehst du, dass die Kamera da läuft! Aber noch nicht für mich! Kennen? Ja! Ja! Aber, äh, Ding! Wie das neue Bell? Jetzt ist der doch ganz gut! Ja! Ja! Fühlt sich bestätigen! Ja! Weil, schützt! Wie du den alten Bell hast, im Letzakett, da hast du ein Rieberchen, weil es voll Tink! Ist er weg! Näh! Näh! Ich verstehe! Ich verstehe! Ski! Wo ist es? Näh! Ja! Näh! 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 G DIRECTOR! Und du hast das Auto beim Nachhinein gefahren, oder? Nein, ich will nicht selber! Ja, ach so! Fertig vor! Jetzt steh ich noch einmal in zwei, drei Wochen. Ich habe jetzt ganze Achsteilen am Ding. Auf der anderen Seite kann ich überall ein sein. Ja, schüttler! Stoßdämpfer rein! Stoßdämpfer rein! Stoßdämpfer immer beidseitig! Dann Achsschenkel verbrauchen. Hab ich noch nicht eingemacht. Oder hab ich schon drauf? Ja, hab ich schon drauf. Ja, total unrund. Ja, aber da habe ich mich. Hab ich auch gleich mal neu. Ja, halt immer! Hab ich auch gleich mal neu. Hab ich auch gleich mal neu. Hälbschleich! Ja, bis morgen! Stoßdämpfer! Stoßdämpfer! Ja! Hab ich ja alles billig einkauft. Wieso? Kennt ihr an! Achso! Und der sagt mir, dass der ist selber BMW-Fräg. Achso! Und der sagt, das ist gleichwertig von BMW-Fräg. Das war ja das dritte Mal von der BMW-Fräg. Ja! Und der noch ein Zau-Tack! Was ist das? Ja, muss schriss gerne! Ja, das wird mal schauen, dass wir irgendwie mal das mit dem Schloss herbringen. Ja! Ja! Ich kann mir vorstellen, dass das nicht ausgehen ist. Ich stelle mir das fast vor, dass das nicht ist. Ne! Sag mal so, jetzt machen wir erstmal das. Aber das ist total ausgeschlossen. Ne! Das machen wir so! Wir machen jetzt erstmal den Schiff! Ich mach dir erstmal das, ja! Den wir so eben machen! Ich hab auch wohl das Gewäge fast so gut wie möglich abgerast! So ein Ding! Ne! Das mit der Bürste, das was ich den Andreas machte mal. Dann hat das Spezialwerkzeichen alles dazu. Ich weiß genau, ich kenn mich. Das ist jetzt auch einfach die Verkehr. Ja, ja! Schau, sei doch mal! Weil, soll ich, andere ist das eigentlich was ausgeschlossen. Ja! Ja! Weil auf einigen ist ja vorher A gegangen. Was ist denn? Und schon lange das Schloss nicht funktioniert, ich hätte auch die Fondgewinnung nicht. Ja! Ich denke, dass wir draußen schreiten, na ja, das ist ja eine Spendiegelrolle, aber dass sie dann den Zweischluss geben. Ja, das ist... Ich hab eigentlich letztes Mal, wo ich das Fahrrad rausgebracht hab, hab ich gedacht, da wird das schon da sein. Oh! Ist nicht! Ne? Ist nicht! Da war es schon mal. Ich hab das auch schon mal. Ja! Das ist halt der Beidessecker weg. Da weiß ich, da passiert nichts! Ja! 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 Der Franz hat mir mal gesagt... Warte, ist nicht gut. Die Achsen hat auch. Na ja, ist schon gut. Na ja, ist schon klar. Wenn der Freund es gesehen hat, dann hätte er gesagt... So. 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 Dann machen muss ich auch was. Das ist die Sonne. Der macht mir richtig Spaß. Der möchte mal in die Ecke mal richtig neu rutschern, dass er glähe wird. Und dann kannst du dann drunter schaffen. Ich wollte gerade mit dem Ecke das geschmeckt haben. Ich habe gesagt, mach nicht immer den Platz. Könnt ihr weg, probieren wir mal zu dir her. Los probieren. Aber das ist gar nicht komisch. Weil der hat das auch gemacht. Dann hat er das Laufzeichen. Und dann hat er es zugemacht. Der war eine Spritze. Der war eine Münze. Der war auch mit mir. Der war eine Spritze. Der war auch mit mir. Der war auch mit mir hier ein Tor. Der war ja das letzte Mal auch. Ich habe immer vorgeschrieben. So ich habe einen langen Himmel gemacht. Wo er oft gegangen ist. Nach und so. Der war immer noch ein anderer. Da kann ich überhaupt nicht, da kann ich überhaupt nicht planen. Weil mit der Zeit... Wenn die immer draußen... Ja und dann hab ich... Da sind wir vor dem Zeug, das klaust jetzt mit dem Post. Ganz neben und dann... So schräg rüber. Mit einem dritten Wendel. Der kommt ja eigentlich hier ab. Ganz gut. Ja, eigentlich gut. Ja, das kann ich nicht alles jetzt. Das ist wie bei einer Abwehr. Also so sehe ich mich jetzt. Wie bei einer Abwehr. Bei zehn Schuss kannst du acht holen. Das sind drei Schuss. Ja, das macht man nicht. Aber die Wachter... Ich rechne sauber auf hier. Ja, ja, das passt schon. Nur zu oben vor. Ja, ja. Das können wir schon sagen. Sag mal so. Du zahlst ja meins Milch. Du trink... Du holst den Hans raus und du zahlst zwei. Weil ich hab mir Hans rausgeholt. Halt! Halt! Geh weg da! Du hast direkt... Wie aus der 30. zum Bruder hoch. Wann? Aus der 30. Woher sitzt du? Ja gut, das kann ich nicht. Weil äh... Weil äh... Weil am 1. August ist äh... Nationalfeier. Ja, ja, ne. Ich wär schon nicht vielleicht. Aber äh... Aber äh... Äh... Die erste war ganz, ganz schwer. Und jetzt hat sich besser überstanden. Die Geburtstag noch feiern. Äh... So. Na gut. Habe ich schon ein Problem mit meiner Katze. Habe ich schon ein Problem mit meiner Katze. Weil ich das machen soll. So. Ja gut. Die hätte gesagt, du bringst sie zu mir, aber... Das... Die... Die bleibt... Die... 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 Die bleibt bei mir nicht. Habe ich schon ein bisschen... Da ist der, der Deitererat. Der ist so ein Deitererat. Du willst gar nicht machen. Du willst gar nicht machen. Du willst gar nicht machen. Das ist viel. Weil der Deitererat sogar weiß gar nicht, wo du führst. Na mal! Ey! Weil ich war schon mal über Nacht. Weck. Die ist fast verhungert. Ja. Wann hat er uns? Nee, weil... Denk... Hier... Der ist ein Hund, aber der ist auch schon zwei Wochen. Da habe ich kein Problem. Ja, das wäre ja... Das... Zwei Tage. Ja... Da gehe ich... Da gehe ich mit nach. Und dann arbeite ich lieber. Ich will ja auch nicht, dass ich hab's die ganze Zeit drin. Ich komme dir eh erst kurz nach oben. Ach so? Ich komme dir eh erst... Oh ja. Vier, halb fünf... Ah ja. Kein Problem. Da brauchen wir bloß den Schüttel sauber machen mit der Milch. Und einen frischen Schneider vor dem Haus nicht stehen lassen. Ach so, die... Ach so, halt ja. Im Haus kannst du ja nicht lassen. Äh... Ich kann es schon lassen. Aber kurz warte ich. Ich habe eine Katze gehört. Hä? Ich habe eine Katze gehört. Ja, nee, Vater. Du kannst sie kurz warte ich einsperren, weil dieses Geld, das nicht rausgeht. Ja, aber zum Fressen braucht sie trotzdem. Ja, das schon. Auf Reine. Auf Reine. Auf Reine.